In der Dickkut hab ich in der Cash, und schon vor der Lesung hab ich dorst wie ein Hesch. Doch da brauch ich nur kurz und sein Paar zu winke, dann weiß der, dass ich draußen auf dem Klo bin, er bis was trinke. Vor zwei Wochen ist deshalb ein Wunder geschehen, denn ich hatte vergessen, den Haaranzu zu drehen. Und dann kurz vor der Wandlung, es hat keiner vermutet, die Klotür flog auf, und die Cash wurde geflutet. Und dann auf der riesigen Welle segelt mit heiligem Schein die Asche Noah mitsamt allen Tieren herein. Was? Das ist geflungert? Okay, stimmt, Eyo. Die Asche kamen gar nicht, und auch nicht die Tiere und so. Aber ei, sagt die Stimmt, und seid jetzt bloß nicht geschockt. In der S-Bank haben zwei Kamele aus Hinde gehockt. Hellau! Ein dreifach donnerndes Hellau! 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 Hellau!